Ah, schaut mal, da ist ja unsere Marienkäfer-Familie. Hier ist der Marienkäfer-Papa und der Sonnenkäfer-Mama und hintendrein die schönen, klitzekleinen Kinderlein. Ab und zu rutscht auch mal die Mama nach vorne und nutzt die günstige Gelegenheit, den Papa zu überholen. Da freuen sich natürlich auch mal die Kinder und hüpfen freudig herum. Ich möchte jetzt mit euch ein schönes Sonnenkäfer-Lied singen von der ganzen Marienkäfer-Familie. Damit es jetzt keine Streitereien zu Hause gibt, darf jetzt nochmal der Papa nach vorne. Und schon geht's los. Erst kommt der Sonnenkäfer-Papa, dann kommt die Sonnenkäfer-Mama und hintendrein ganz klitzeklein die Sonnenkäfer-Kinderlein. Und hintendrein ganz klitzeklein die Sonnenkäfer-Kinderlein. Und gleich noch einmal und jetzt darf die Mama mal vorne dran sein. Erst kommt die Sonnenkäfer-Mama, dann kommt der Sonnenkäfer-Papa und hintendrein ganz klitzeklein die Sonnenkäfer-Kinderlein. Wie ihr seht, habe ich die meisten Marienkäfer selbst gebastelt. Das zeige ich euch nun im nächsten Video. Bis gleich!